Hey, ich bin Let's Play und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute Minecraft in einer Kreativwelt. Später wird es hier überleben, denn wir spielen heute Minecraft-Kampf zusammen mit dem Tanzwerk. Ich muss leider machen. Ja, sieht ja eigentlich, ich glaube, ich habe auch schwergestellt, dass wir nichts essen müssen, weil das sonst blöd ist. Gut, dann haben wir jetzt gute zehn Minuten Zeit, uns komplett vorzubereiten mit einer Base, mit Rüstung und allem Möglichen. Und dann kämpfen wir gegeneinander. Wenn wir uns jetzt vorbereiten, durch einen kleinen Zeitraffer machen, zeige ich euch das später an jetzt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 charakter kennt man doch das gesicht ist zwar ein bisschen zu klein aber so unsere basen sind fertig und ja ihr habt sie eben schon sehen wie sie ausschauen du darfst nicht bei meiner mitschauen ich schaue auch nicht bei deiner und ja wie der fall einen riesen spaß und jetzt würde ich sagen geht's los blöd ja schon blöd warte wir geben ein slash und jetzt aber ich bin in überleben ja gut dann würde ich sagen klein ging auf los geht's los ich würde gedacht ich würde gebrauchen jetzt ohne witz habe ich dich eigentlich schon einmal getroffen was darfst du nein trägt da kommt doch zu mir rein endlich mal in treffer jetzt ist so nicht zu mir rein kommen dann kommst du denn darauf jetzt komm mal rein hier eine gute stube das war die taktik komm jetzt doch zu mir rein dann komm mal rein auf Oh Wollen sie da rein? Ja. Bist du halt doof. Komm mach! Mann, wie bist du rausgekommen? Ich habe eine Sprecherkette. Ach scheiße. Jetzt ist er nicht. Die Lust meiner Bogenkünste. Oh, Sinn. Auf meinem Bogen. Ich glaube nicht die Haltbarkeit oben, weil der verliert sehr schnell. Was ist das für ein Bogengott? Jetzt sieht es gerade aus. Ja, 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 ja. Was ist der von, bitte von Gott, der rasiert mich, der rasiert mich. Was ist das für ein Leben immer? Maschine, eine Maschine. Brennst schon blöd, gell? Hast du eigentlich die goldenen Äpfel? Warum brennst du denn? Das war mal mehr. Ja, das war so schlimm. Das war so schlimm. Aber wir waren so schlimm. Ach, ich weiß nicht, gerade mal sch... Schücher. So, ja gut, dann warte. ja man war schwer kampf gemacht ich hab auch so richtig was du nicht schade habe ich eigentlich also ich habe eh unendlichkeit also warum zielt mein bogen immer warte warte ich habe unendlichkeit da wartet es ist jetzt geht es los ich habe ihn ich habe ich bin eine maschine ich habe deine mutter kritisch das war noch ein treffer treffer boom 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 aber ich muss mal ach der fackt aber auch richtig an er fackt aber wirklich ab wow wow boom boom jetzt hör auf zum rennen wir wissen doch beide was du verlieren wirst ähm 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 oh treffer und ein weiterer treffer für luther das ist das für eine maschine das ist das für eine maschine ich nicht ich nicht das war tatsächlich richtig aber scheiß ich brauch wieder voll ho man der fang das ist das für eine maschine neune help me your bro help me your bro das ist das für eine maschine das ist das für eine maschine das bin ich aber ja 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 den scheiß rückstoß den habe ich vergessen den vergesse ich immer mehr ja 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 Lauf, mein Junge! Lauf, Junge, es ist wie... Lauf, 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 Lauf! Ich brauche wieder mein Gold ab. Junge, ich... ich bin aber noch viel besser auf dem. Nein, es wird besser am PC. Oh ja, bitte, wieder ab. Uhu! Warum... muss ich dann immer zweimal W drücken? Ahhhh... Ahhhh... Oh, mein, mein... Spiel so. Junge! Uhu! Wuhu! Scheißer! Ich glaube, ich werde jetzt drauf gehen. Ich frag's dir wie es ist. das wäre jetzt ein wunder wenn ich das gewinnen würde wie viel leben hast ja gut habe ich auch aber wenn ich so schnell regenerieren natürlich präpariert natürlich regelkonform man zu stark ich hab mal regeneriert auf das hat ich hab' gekonnt ja jungen sind nicht an wuh ach wieder wieder mich aber wuh 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 Du stehst da aber auch nicht mehr. Oh, täh. Da war voll. Was mache ich? Warte! Ey, 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 ey. Oh, das ist ein Punkt. Was hast du bitte, dass du mich so weit nach... Ja, das kenn ich ja nicht. Scheuer! Ja, da war ich nicht mehr. Bitte? Warte kurz. Ach so. Ey, das ist ja gar nicht gut. Au! Ja! Hä? Lass mich was cooles machen. Ich hab fast keine... ... 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 e ... ... ... ... ... ... ... Abkampf? Da hab ich's in mir, gell? Da hab ich's in mir! Komm du Lutscher, jetzt komm mal her! Wie viel Leben hast du bitte noch? Was ist das hier für ein Betrug? Au! Dann kannst du ja nur endlich mal drauf kommen. Warte, warte! Stopp, stopp! Wie stark ist deine Rüstung schädig? Äh, eigentlich schon, äh, nein, groß war'n wenige, aber die anderen sind schon so selten. Bei mir sind alle schon im Roten! Weil ich ihm in den Nahkampf geh scheiße! Aua! Haben wir nicht gesagt, ohne Bogen? Hä? Sagt er! Ja, ich kann mal wieder passen! Gut! Also, wie der Kampf! Wie viel! Was wird damit? Haben wir nicht gesagt, ohne Bogen? Sagt der, was es als erstes gebrochen hat! Der, der die Regeln aufgestellt hat! Stimmt ja auch! Junge, ich werde in deinem Helm sicher gehen! Und der schützt mich! Ja, hab' ich auch gehört! Und ich krieg' verdammt viel mehr Schaden! Nein! 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 Junge, wie viel Leben hast du noch? Du bist aber auch eine Maschine, die haben ja noch mehr halbes Leben! Junge, bei dir muss doch auch jetzt langsam was beißen! Ich bin gleich tot! Al, Sariaten! Sariaten!